okay wir haben wieder energieprobleme demnächst das müsste aber jetzt gerade am anfang ist es noch echt okay mit der energie da hat man noch gar keine richtigen probleme man hat wenig man hat billige häuser und dann klappt das alles noch das hören die es ist wahnsinn nach und nach holen wir jetzt die katte schön wenn es nach vorwärts geht es läuft ist ja nicht mehr so schön wenn es rückwärts geht haben wir gesehen es gibt übrigens mehr gründe warum ich das mache ich brauche halt später veteran wenn es härter wird sollte man veteran bogenschützen schon mal haben sonst steht man blöd da gehen wir mit dir runter es kommt nämlich echt viel wenn ich ehrlich bin so du fängst mal mit der farm er kennt nicht den film animal farm was überhaupt nichts mit dem spiel grad zu tun hat aber ich würde es trotzdem mal sagen es ist mega wichtig ich bin ich bin es ist es ist es ist So, Tesla-Spulen. Mehr Tesla-Spulen. Oh, ist ja schon Tag sieben. Kann ich anklicken? Hier brauchen wir auf jeden Fall noch einen. Du gehst mal aus. Dafür mache ich hier mal ein bisschen Energie. Oder hier. Kommt doch was gleiche. Warten wir mal noch kurz, bevor ich hier was mache. Yay, Forschung. Forschung ist toll. Yay, Holzmangel ist nicht so toll. Greift halt immer eins ins andere. Ja, der hier lockt die jetzt natürlich an. Ach, so ein Dreck. Ich dachte, das ist zu. Ach, ich hasse solche ganz kleinen Mega-Durchgänge sind echt zum Kotzen. Die kann man zwar echt gut verteidigen, aber ich mag sie nicht. Fangen wir doch hier an. Oder wartet mal. Ich sollte so viel wie möglich versuchen mitzunehmen. Ich bin so tired. Ich bin so tired. Die Nacht sieht toll. Ich bin so großartig. Das ist natürlich echt blöd. Die fischen eigentlich echt nicht an derselben Stelle. Aber es macht Probleme. Ist das ein Anführer? Jupp. Okay, ich kann bestimmt gleich wieder Leute bauen. Sobald wir die Farben haben, haben wir auch genug Essen. Erstmal. Nicht lange, aber erstmal. Hier kann ich doch Markt und alles dann hinbauen. Wenn das jetzt gleich fertig ist, kann ich das hier anmachen. Und dann läuft es auch, also wenn ich zwei Häuser, zwei Zelte jetzt fertig habe. Dann klappt es auch wieder mit dem Holz. Das kann man so lassen. Hier muss ich dann auf jeden Fall was hinbauen. Ja, ich schon wieder. Ich will mir ungern einen Soldat holen. Und erstens kostet es doppelt so viel. Und zweitens kann ich es mir nicht erlauben, dass ich mir dann auch noch einen Feind hier habe. Äh, wenn ich noch so einen habe, der hier rumballert, meine ich. Feind hier habe. Also, ich glaube, Feind habe ich genug. Ich frage mich, wie viele Gegner man hier so am Ende hat. Wer hat denn jetzt schon 20.000 getötet in der letzten Runde? Da war noch nicht mehr die ganze Karte weg. Da wird schon so einiges hier warten. Ich denke mal, so 40.000 werden dabei sein. Kann ich hier weiter? Wenn ich das hier dann gesichert habe, ist auch gut. Jetzt muss ich langsam anfangen, mein Holz zu sperren. Oh ja, das wird schon. Oh, hier kommt ganz schön was angelaufen. So, ich verschwende schon wieder Holz. In die Richtung sollten wir auch mal gehen. Gut, dass ich hier zwei habe. Das könnte ich wahrscheinlich auch da reinkriegen. Das ist eine ganz schön große Kolonne. Das ist wirklich ein ganz, ganz großes Problem hier gerade. Spätestens, wenn die sich entschließen, hier ein anderes Ziel zu wählen, hier unten habe ich ein Problem. Aber dann kann ich die nicht mehr schnell genug abschießen. Erschreckt mich doch nicht so. Knallte sie ab. Okay, ich setze mal meine Skills ein und stelle fest, dass ich mal wieder ein großer Idiot bin, denn ich habe die Balliste vergessen zu erforschen. Wie kann mir denn sowas Elementares entgehen? Jetzt mal ernsthaft. Ich sah mir die ganze Zeit sämtliche Rohstoffe... Ah ja, aber... Darin hapert es dann. Das kriegen wir nicht mehr fertig. Trottel. Dann müssen wir es halt mit... Ehrlich gesagt, müssen wir es auf die Harte vor machen. Ich kann den nicht mal richtig verteidigen, wegen dem Stück Dreck hier. Ballisteier ... Bittier ... Obwohl ... Auch auf die Tme ... Kannst du alm course nicht ... Statt ... Bittier ... Obwohl ... Man ... Bittier ... Borst ... Bittier ... Bittier ... Ich glaube, ich habe es krass schlimmer gemacht. Wie können die Gegner zu nah sein? Okay. Maximale Rückzugsmöglichkeiten. Das wird gleich richtig, richtig hässlich. Okay. Es kann wirklich sein, dass wir jetzt deswegen verlieren, weil ich aber so blöd war. Das kann ich auch nicht schönreden. Vielleicht kann ich es noch lange genug aufhalten. Ach, komm schon. Okay. 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 Du musst es aufhalten. Ja, das hätte ich auch eher bauen sollen. Ah, ich werde schon auf totaler Linie überrannt. Das macht zu viele Geräusche. Das kann ich vergessen. Das war's. Das kann ich nicht mehr kompensieren. Ach, das war aber echt blöd jetzt. Also, ich gebe zu, das war saublöd einfach von mir. Und Ende. Kann ich nicht schönreden oder sonst irgendwas. Das hier oben hat mich jetzt schon ein bisschen gewundert, dass ich das so schnell geholt habe. Ich habe extra eine Verteidigerin dahingestellt. Ja, aber die holen jetzt alles. Auch die schaffen das jetzt nicht mehr. Oder? Ich kann die nicht anklicken. Da. Ach, die sind hier schon oben drin. Ach, okay, da hat sie erledigt. Das hier hätte ich vielleicht noch in den Griff gekriegt. Aber das hier oben nicht mehr. Jetzt kommen sie auch von allen Seiten. Passt mal auf. Hier. Das macht so unglaublich viele Geräusche. Wenn mehrere Räuse infiziert werden. Ja. Das war einfach nur blöd. Wie konnte ich, wie konnte ich vergessen, die Balliste zu erforschen? Also bitte. Das ist wirklich traurig gerade gewesen. Die hört ganz schön was aus, die Mühle. Sehr, sehr traurig. Und so schlicht er die Karte auch nicht aus. Mir ist für gewöhnlich, ist mir echt wenig peinlich. Aber das ist mir irgendwie peinlich gerade gewesen. Oh, über diese Kacklöcher. Oh, über diese Kacklöcher. Oh, guck mal, das sind Rohlstoffe. Und die komme ich aber leider nicht dran. Oh, guck mal, Explosivfässer. Für die finalen Wellen wäre das doch eigentlich echt was Gemeines. Oh, super. Problem ist, ich habe wenig Platz. Ich muss in die Richtung expandieren. Ja, ich glaube, das ist die richtige Entscheidung. Oh, gut, eine Stadt. Muss ich doppelt aufpassen, wenn ich da expandiere. Das war, ehrlich gesagt, recht meisterlich. Was war das gerade? Geh mal kurz hier hin. Kann ich? Kann ich, ja. 8, 13. 13 ist besser. Hilf mal mit. Oh, das ist ein echt fetter Berg. Das war vielleicht nicht immer das Schlaueste. Ich kann ja absolut erst mal nichts machen, solange das hier passiert. Oh, das ist ein ganzes Schlaueste. Man sieht, dass er Blut verliert. Wie kriegst du eigentlich immer wieder? Fünf pro Sekunde. Wie, wir kriegen die wieder? Auch bloß eins pro Sekunde. Die Unite sind unter der Stadt. Alles okay? Great idea, Sir. Wichtig ist, dass meine Bogenschütze permanent schießen können. Aber wir kriegen es langsam. Ich baue erstmal noch nicht viel mehr. Wenn hier irgendwas infiziert wird, dann war es das wieder. Was hält der jetzt aus? Das war ein hartes Stück Arbeit, aber wir haben es... Ne, warte mal. Du gehst lieber darüber und du bleibst hier. Haben kaum Erfahrung gekriegt, weil es lohnt sich einfach nicht, die zu töten. Genau. Hol dir die. Also hol dir nicht die Jägerin, sondern die Jägerin sollte ich dich holen. Okay, wir brauchen mehr Arbeiter. Wo kriege ich dann eigentlich relativ schnell? Soweit ich das habe, kann ich sie ausmachen, dann müsste ich genug Arbeiter haben. Okay. 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 So, dann muss ich genau das reich dann für die Gazana. Super. Super Trooper Ach ja, da war ja auch noch was Abba war so lange toll, bis wir einen auf Emo-Schiene gemacht haben und dann war Schluss Aber es lag nicht nur daran Nur mal so nebenbei Hat überhaupt nichts mit dem Display zu tun Aber wollte es mal erwähnen Ansonsten Abba hatte immer so tolle Musik Okay Wollte nur sehen, dass es sicher ist Okay, Holzreserven, Steingreserven Die überhaupt nichts bringen Ich nehme mal den Marktplatz So, damit können wir dann gleich uns ausbauen, richtig? Erste Jägerin hierher Dann kann die das beschützen Und dann brauche ich hinten auch keine Angst haben Oder weniger Angst Schön ist, ich habe auch Eisen hier in der Umgebung direkt Boah, ich finde das so zum Kotzen Ist ein Gegner zu einem an diesem Punkt Hier ist doch keine Sau Ne, wahrscheinlich hier hinten Was zur Hölle machst du da? Was willst du jetzt? Hä? Das verstehe ich nicht, wenn ich ehrlich bin Das verstehe ich jetzt wirklich nicht, was da passiert ist gerade Ähm, mal sehen, ob die jetzt auch da auftaucht plötzlich Okay Erstmal die hier bekämpfen Oh, sorry Nichts passiert Ah, der Soldat Nein, der hätte keine Chance gehabt tatsächlich Die hätte ihn garantiert überwältigt Eine Kombination mit einem Jäger Oder einer Jägerin eher Hier kommt schon einiges zusammen Oh, du hast noch nicht Veteranen Wobei ich das eigentlich schaffen müsste Ui, darf ich denn jetzt hier hinten? Was brauche ich denn für dieses Ding hier? Mehr Arbeiter, mehr Energie Mehr Arbeiter? Mehr Arbeiter? Mehr Arbeiter, mehr Arbeiter, mehr Arbeiter Mehr Arbeiter, mehr Arbeiter Mehr Arbeiter, mehr Arbeiter ч那就jht Wie soll es Todo Qui, wie soll es Geln, Pascal Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020